Noch neun Tage, Romeo, neun Tage, neun Nächte, dann ist es endlich soweit. Und wir beide, Romeo, du und ich, wir treffen nach zehn Jahren endlich aufeinander. Wir haben viele Kämpfe bestritten, wir haben viel gewonnen, Romeo, wir haben aber auch viel verloren. Und wir beide wissen ganz genau, warum. Wegen dir, mein Freund. Wegen dir. Am 6. September, Romeo, werde ich deine Karriere beenden. Du wirst auf einen Zanone treffen, den du vorher noch nie so gesehen hast. Romeo, ich rate dir, trainiere hart. Trainiere so hart du kannst. Es wird trotzdem nicht reichen, Romeo. Deine Karriere wird von heute auf morgen beendet sein. Und zwar, durch mich. Romeo, es wird mir eine Freude sein. You 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 are going down you you Vielen Dank.